so hallo wir machen weiter bei the legend of zelda links awakening und das letzte mal haben wir uns in den fünften dann schon begeben und werden hier erstmal ausgetrickst wenn du nach dem inhalt dieser truhe suchst kommen und hol ihn mir bei mir ab stahl aus meistern ja genau wir gerade schon gekämpft den werden wir noch ein paar mal öfter sehen immer wieder bomben aber die kriegen wir jetzt hier glücklicherweise mittlerweile sehr gut die schaufel brauche ich erstmal nicht lieber springen so und hier kann ich einmal so muss ich halt nur gucken wo der weg nummer zwei also wo der status nummer zwei aufgetragen wahrscheinlich werde ich erstmal zum status nummer drei laufen bei meinem glück wie ich mich kenne jetzt schlag halt zu sehr gut das brauchen wir gut ich weiß gerade gar nicht ob es was bringt die hier kaputt zu lernen au okay ah hier kann ich auf jeden fall schwimmen äh tauchen weiß nicht ob es jetzt schon relevant ist ja wir probieren es einfach mal oder ob das später relevant wird da ist ein guter einfach so dass das heißt ja nicht ach so ist ein durchgang okay das heißt hier kriege ich ein herz und verlierst mal eins oder zwei gott des willen was mache ich denn so stell mich hier an ruhig auf okay ah natürlich geht es hier wieder nicht weiter müssen wir alles nachher nachholen sobald wir das dungeon item haben so weit hier geht es jetzt überhaupt nicht kann nichts tun ach käsekuchen also zurück nope nope ah krass das so jetzt komme ich hier hoch und kann den schalt hier drücken ich kriege damit die tür hier auf aber komme nicht weiter ich kann aber erstmal hier nach links rechts gehen kriege hier neue Bomben das ist sehr gut die brauchen wir da komme ich wieder noch nicht hin großartig double kill so hier sehe ich nichts was ich tun könnte aber wir kommen noch weiter auch hier kommen wir an die ganzen Truhen alles noch nicht ran aber hier komme ich jetzt auf die andere Seite wenn ich nämlich den hier verschiebe dann kann ich auch die anderen besiegen dann geht das Tor auf sehr gut und es ist die Nummer 2 es ist die Nummer 3 natürlich also hier können wir noch nicht weiter aber wir können jetzt schon mal dieses Ding hier holen das dürfte die Karte sein ja sehr gut 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 also hier müssen wir hin wenn wir die 3 wenn wir den 2 besiegt haben müssen wir hier hin dann ist hier die Nummer 3 äh ganz kurz einmal Karte gucken versuche gerade zu erkennen was es darstellen soll weil jede Karte stellt ja was dar die Karte vom dritten Dungeon hat zum Beispiel einen Schlüssel dargestellt habe ich auch wieder vergessen aua aua äh aber was der darstellen soll weiß ich gerade nicht irgendwas wird er schon darstellen so jetzt können wir endlich hier durch diese Tür gehen und wahrscheinlich ist da die 2 alles klar auf geht's wir haben genug Bomben kriegen wir hin oh du hast dich gefunden du bist wirklich penetrant weißt du das und das Gute ist wir wissen jetzt schon wo die 3 ist und wir wissen wo die 4 ist damit ist die Geschichte durch oh oh das reicht nicht ah es reicht doch so äh oh nein ich hab die falsche aah ich hab die Feder geritten ne au äh 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 jetzt tschüss aah du bist stärker sehe ich noch aber ich komme wieder ja ja mach du nur so das war die Geschichte jetzt geht's zur 3 die haben wir schon gesehen das ist echt gut dass wir schon wissen dass wo die ist macht vieles einfacher vor allem die Sucherei noch mal ein Herz nein schade naja da muss es so gehen ah hier können wir noch mal Herzen vielleicht bekommen wenn wir Glück haben yes jedes Herz zählt warte wird aus dem mit Pulver eigentlich auch was nein das interessiert ihn alles überhaupt nicht okay na dann Nummer 3 ah du hast mich gefunden du bist wirklich penetrant äh ja jemand nennt mich auch Stalker so wollte gerade sagen das läuft doch schon besser als die anderen Male aber Junge so 2 und gleich nochmal yes geht doch Nummer 3 so das war das bumm und ab zu 4 nein du bist stärker als ich noch aber ich komme wieder wöwww okay ist das Herz wieder da bestimmt nicht ah doch sehr gut oh das nehme ich doch gleich mit so das sollte jetzt aber reichen für die Nummer 4 um bis dahin zu kommen und ihn zu erledigen Bomben haben wir auch genug alles kein Problem alles kein Problem jetzt so Aua Aua Ups gehen wir hier also wieder runter oh guck mal wir waren hier noch gar nicht aber da gehen wir jetzt nicht hin weil wir wissen ja wo wir hin müssen da kann es auf jeden Fall dann nur äh weitergehen nachher wenn wir das Item haben jetzt gehen wir einfach ganz schnell zurück zum ah nice die Herz nehme ich mir natürlich noch mit und dann gehen wir aber wie gesagt ganz schnell einfach nur zurück zum Bossraum den wir schon gesehen haben so gut dass wir da schon waren damit geht das hier ganz jetzt ein bisschen schneller schwupps und wir haben ja festgestellt dass wir doof sind eigentlich brauchen wir den gar nicht ah ja jetzt brauchen wir da natürlich doch wieder ähm achso so ja das meinte ich ich überspringe den hinteren aber ist okay aua nice so Abflug nur mal vier diesmal sagt er gar nichts aber er ändert sich halt nicht genauso langweilig wie gerade eben auch schon ich sollte mich halt nicht treffen naja lass ich mich halt treffen und bin dafür trotzdem durch tschüss und wir bekommen endlich den Enterhaken seine Kette hat eine ganz schöne Reichweite ja das kann man wohl sagen so rüsten wir aus oh der sieht cool aus der sieht cool aus hier auf dem auf der Switch und mit dem Enterhaken können wir uns über ganz viele Schluchten begeben wenn auf der anderen Seite zum Beispiel sowas hier ist ja dann kann man sich da ranziehen oder an Truhen kann man sich ranziehen und so weiter an normale Wände nicht bei normalen Wänden funktioniert das Ganze nicht aber immer wenn halt irgendein Objekt auf der anderen Seite ist an das man sich ranziehen kann dann funktioniert das Ganze und damit sind wir jetzt eigentlich wirklich jetzt kann man eigentlich wirklich überall hin auf der Oberwelt also jetzt gibt es nichts mehr wo wir nicht hin können das Item im sechsten Dungeon ist relativ irrelevant was die Oberwelt angeht ja also was die Oberwelt angeht sind wir jetzt eigentlich komplett ausgerichtet so und da fällt mir ein dass ich überhaupt nicht mehr weiß was es für ein Item Sip Dungeon gab ich weiß es wirklich nicht mehr ich bin ja komplett lost was gab es denn Moment lass mich mal was gucken okay und man kann jetzt auch die Viecher hier ja den kann man nicht die Maske abziehen und damit sind die auch angenehmer Aua Aua Ah war der falsche Weg aber ist egal dann holen wir uns nochmal hier einen Bomb aber wie gesagt war der falsche Weg war ein Fehler ach ne nicht ganz hier wollte ich durch passt schon genau so dann kommen wir jetzt einmal hier rum plöp und können uns hier rüber ziehen wo wir einen kleinen Schlüssel bekommen so hier noch irgendwas relevantes drin ja gut und zurück und jetzt können wir auch hier dieses Ding nutzen das kann man nämlich aufziehen plopp na hätte ich hätte ich jetzt in die Flasche tun können ich bin blöd egal ach hier waren wir vorhin noch gar nicht dann gehen wir doch jetzt gleich mal da durch ah ach jetzt der hat sein Auge aufgemacht der vordere nicht macht erst nur der hinteren sein Zeug auf okay alles klar geht noch mit Schild äh mit Schwert nein muss ich mit Pfeil machen okay die waren im Original deutlich nerviger muss ich sagen da waren die echt echt stressig hier gehen die anscheinend im Original war das so ein kleiner Hass-Miniboss das weiß ich noch aber hier sind die angenehmer aber das wirft sich bisher äh aua angenehmer vielleicht ändert sich das gleich noch aber im Moment wirkt uns die angenehmer na wie viel denn noch der da hinten ich will erstmal einen weg haben muss doch nicht ach komm ja ja nice jetzt kommt er wieder angelaufen ich kann aber nur einmal treffen okay kann ich das mit dem Schild abwehren ja na dann machen wir es so halt jetzt kommt er wieder gelaufen na jetzt kommt er wieder gelaufen eieieiei eieiei nice schnitzikowski so diesmal aber du hast eine Fee in der Flasche gefangen lass sie frei wenn sie dich heilen soll ach die macht das nicht von selber ne ah mist ja okay die macht das nicht von selber ja da war was so okay da können wir uns gleich mal Herzen holen äh nice so aber ich glaube ich bin auf dem falschen Weg weil ich glaube ja genau uns fehlt es duft aber wir haben uns jetzt erstmal aufgeheilt aufgeheilt aufgeladen hier das ist auch in Ordnung auch wichtig so und wir haben schon mal den Miniboss erledigt auch das ist gut kann ich hier abkürzungstechnisch durch jawohl sehr schön deswegen gab es ja auch Pfeile alles klar so jetzt müssen wir erstmal wieder die anderen ganzen die andere Seite abklappern da war ja einiges was uns noch gefehlt hat haben wir ja schon gesehen vorhin na das fängt einmal da bei dem Wasser an und geht dann immer weiter da sind wir noch gar nicht durch zum Beispiel durch diese durch dieses Ding da das kann man jetzt mal machen in der Hoffnung dass wir da drüben weiter kommen sicher bin ich mir grad nicht dass wir da drüben ja das hängt aus ja ja da 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 okay Was sagst du? Das haben wir doch schon gemacht. Oh nein, jetzt bin ich auf... Oh. Ich hab kein Glück mit meinen Wegen. Ich hab einfach kein Glück. Wisst. So. Dann gehen wir halt jetzt noch hier lang. Na also. Guten Morgen. So. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Oder waren dann nur die zwei? Da waren nur die zwei. Dann gehen wir halt hier rüber. Machen wir den Rundumweg. Gehen erstmal hier hin. Ach, das sind die Kinder von der anderen Seite. Oh mein Gott, ist das mein Ernst? Ei, 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 ei. So, also dann so rum. Biene. Yay. Und dann die hier. Da ist jetzt ein Schlüssel drin. Haben wir schon gehört. So. Jetzt käme ich zu der Boss-Tür. Aber noch nicht zum Boss selbst. Dafür brauchen wir noch einen anderen Schlüssel. Da haben wir nochmal Rubine drin sein. Jawohl. Wir werden reich in diesem Dunge. So. Da oben war nichts mehr. Aber wir haben es ja schon gesehen. Na, äh. In dem Wasser. Wir haben jetzt sogar den Hinweis bekommen von dem. Bah. Von dem Typi. Aber hier, hier sind die Fackeln. Und da natürlich muss man tauchen in der Mitte. Haben wir schon festgestellt. Kennen wir schon. Waren sogar schon auf der anderen Seite. Und haben festgestellt, dass wir noch nicht hier kommen. Jetzt kommen wir hin. Also alles gut. So. Einmal nach oben. Ja, das ist schon eine riesige, riesige Herausforderung. Und hier drin ist natürlich der große Schlüssel. So. Haben wir damit jetzt hier alles abgefrühstückt? Oder gibt es noch eine Truhe, die ich vergessen habe? Hammer, 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 Hammer. Gott, wir sind fertig. Sehr schön. Prima. Flop. So. Nehmen wir noch das Herz mit. Kann nicht schaden. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, welcher Boss hier war. Ich habe irgend so ein Spinnenviech vor Augen. Aber ich glaube, es war kein Spinnenviech. Das war irgendwas anderes. Ich weiß aber echt nicht mehr, was. Das müsste ja irgendwas mit dem Endhafen zu tun haben. Aber wie gesagt, ich weiß es einfach nicht mehr. Schon wieder zu lange hin. So. Aua. Jetzt können wir uns ja überlegen, wie wir hingehen. Wir gehen einfach den Weg hier. Das ist ja nicht so schnell. Weil wir ja schon da sind. Ne, was war denn der? Ich weiß es. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja gut. Ach, geh mir damit nicht. Geh mir in die Schufe, Keks. So. Aua. Ah, das wird nix. Oh, ist der schneller als ich? Ui, 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 ui. Oh, das wird wehtun. Na gut, ich hätte springen können, aber egal. So, einmal rüber und einmal zu Le Boss. Ach, waren das nur die Platten? Du willst also den Wind festzwecken? Ich werde dich fressen. Ach, so ein Wurmviech, natürlich, das Wurmviech war das. Ja, der Typ da. Ich erinnere mich. Warte, den habe ich ja komplett vergessen. Der ist cool von der Idee her. Der ist super cool. Da muss man immer so grabben und dann... Seht ihr schon, der hat immer so eine Schwachstelle. Aua. Ah, der hat keine Schwachstelle. Das war der Falsche. Aber jetzt ist er weg. Mist. Ah, zu langsam. Aua. Ah, ist wieder der Falsche. Bumm. Mist. Was, reicht nicht. Da ist er. Okay, zweimal, dreimal, viermal getroffen. Ne, dreimal. Also insgesamt viermal jetzt. Da ist er wieder. Nice. Okay. Er dürfte gleich down sein. Denn... Apropos down. Ich gehe einfach auch mal down. Nein. Aber ihr seht, das ist wirklich eine coole Bossidee gewesen damals. Der war schon kreativ. Ach, Mann. Ach, Mann. What the swing? So, das war jetzt aber Rettung in letzter Sekunde, bevor mir wieder der Balsam hinterhält muss. Das hätte jetzt nicht gewollt, dass der Balsam kommt. Nein, das ist wieder nicht. Das ist mit Ruhe. Aber ich will nicht schon wieder Balsam kaufen, der wird immer teurer. Dann lieber eine Fee. Nein. Woran sehe ich denn? Das ist der... Oh, mein Gott. Sehe ich das irgendwo? Nice. Ja, das war's. Oh, ja, ja. Der war ganz schön knifflig. Du weißt wohl nicht, wo du dich befindest. Du naives Kerlchen, diese Insel ist dein Verhängnis. So. Juhu. Ah, ja, das war der Boss. Die Erinnerung kam erst tatsächlich wieder bei meinem Boss. Ich hätte nicht mehr dran gedacht. Höh! Das war keine Bierflasche übrigens. Auch wenn es wie eine geklungen hat. Das war meine... Äh, Spezi. Paulaner Spezi. So. Die Windmarimba. Die Windmarimba. Die Windmarimba. Schrein. Inselgeheimnis im Schrein. Die Windmarimba. Aber wir können jetzt, wie gesagt, überall hin. Und ich würde auch fast vorschlagen, dass wir erstmal so ein paar Sachen abklappern, wo wir markiert haben. Das ist jetzt vielleicht erstmal... Interessanter. So. Ähm. Ach, guck mal. Was habe ich denn hier gemacht? Da waren wir auch noch... Guck mal. Da habe ich schon wieder... Was habe ich... Das war meine Wassermarkierung, ne? Wow. Das war ja richtig smart gerade. So. Ne, das hier war meine Wassermarkierung. Genau. Das können wir doch jetzt mal geschwind machen. Ja. Ja. Ich weiß gerade aber gar nicht mehr, was da hier unten ist. Weil ja, hier kamen wir noch nicht durch. Genau. Was ist denn hier? Ein Herzteil! Ja, moin. Da ist einfach mal ein Herzteil. Aua. Wo komme ich jetzt raus? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, moin. Okay. Ah, hier ist jetzt die nächste Treppe. Okay. Wo komme ich da raus? Oh! Perfektico. Pfeile oder Bomben? Ich weiß nicht, was es ist, aber auf jeden Fall gibt es mehr. Sehr gut. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na, warte. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen? Ja. Gib mir. Ja, jetzt musst du noch mehr Zeugen mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Okay. Der Typ ist auch komplett lost. So. Jetzt nutzen wir gleich mal das da. Womit wir ja jederzeit teleportieren können. Dann können wir uns nämlich direkt hierhin zurück teleportieren. Wo wir hergekommen sind. Perfektico. So. Wunderbar. Dann können wir jetzt nämlich... Wo geht's weiter? Äh, das hier können wir entfernen. Haben wir gemacht. Nein. Lass die Karte offen. Ach ja, da wusste ich noch nicht, was da ist. Das kann man auch noch nicht, weiß ich auch noch nach wie vor nicht. Genau da will ich hin. Das ist nämlich das letzte Gebiet, was wir noch nicht offen haben. Da möchte ich auf jeden Fall im nächsten Part hin. Ähm. Hier ging es jetzt theoretisch auch schon weiter. Aber ich denke, das machen wir dann wirklich, wenn wir da oben uns hauptsächlich aufhalten. Da müssen wir jetzt nicht extra deswegen hinrennen. Ähm. Warum hab ich da so ein Eck gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Äh. Das hier brauchen wir eigentlich nicht, weil wir kommen auch anders dahin. Das hat sich erledigt. Das hier müssen wir allerdings noch machen. Da ist nochmal so ein Ding. Aber da müssen wir jetzt sowieso... Da geht's dann weiter. Hier, das hier ist, äh, der sechste Dungeon. Ähm. Hier können wir rein. Richtig. Okay. Gut. Aber ich möchte als nächstes erstmal dahin. Also porten wir jetzt hier hin. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.